Liebe auf den ersten Griff. An einem frühen Nachmittag aus dem in der Old Oakstraße liegenden Bordell zum Sumpf von Deury Lane tretend, erblickt Herr MacKeth ein Mädchen. Er sieht sie nur von hinten und weiß, diesen entzückenden Hintern wird er heiraten. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Macchi Messer nennt und Schmuelmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Macchi Messer den man nichts verbreiten kann